herzlich willkommen mein freund zum neuen video auf meinem kanal heute zu den weekend league rewards ihr seht hier schon wir sind hier auf dem zweiten account unterwegs ich habe die woche zwei weekend leagues gespielt auf dem haupt account 24 6 und hier nur bis 14 gespielt schauen wir mal was die hierfür gold 3 geben freunde wenn wir auch natürlich mitnehmen vielleicht gönnen die da ja man weiß es nicht mehr schauen einfach mal was die esports gönnt ob die überhaupt gönnen freunde schreibt gerne rein was ihr gezogen haben wir auch viele von euch im stream geöffnet war jetzt nicht so überragend aber auch nicht so komplett schlecht muss man sagen deswegen ja wer nicht im stream gezogen hat gerne reinschreiben was sie gezogen hat freunde ob ihr glück hattet oder nicht und dann würde ich sagen legen wir los wie gesagt wir haben hier zwei player picks auf dem haupt account danach natürlich dann noch drei player picks mal schauen wir fangen einfach mit dem ersten an und schauen wen die gönnen 87 ist schon mal sehr sehr stark kanal ist mal gucken ob das überhaupt auf dem haupt account toppen glaube ich sogar nicht dass er sie also der ist schon mal nicht immer so verkehrt allerdings auch nicht so spielbar aber kann man irgendwann abstoßen für irgendeine spc und nummer zwei gucken wir mal wer da kommt und leiber also das sind für gute player picks gute gute player picks hier 86 87 das ist sehr sehr gut für gold 3 sehr sehr stark da die immer kein auge gemacht muss man sagen da haben die man gönnt schauen wir mal was die in den packs geben weil wir es werden wir hier auch natürlich noch abholen da mal auf dem haupt der code auch noch mal 225 hier erstmal 2 mega packs gucken wir mal was ihr e-sports gönnt freunde komm wir mal was schönes da kommt ja das ist der gute ja dings hat es ja auch egal nicht sein können erstens wd walkout und inform der gute von daik aber das schon okay 284 er kann man schon mitnehmen bereits da das sind vereinen und koretzka noch nice also anscheinend gönnen die du das mega pack das erste war schon mal nicht schlecht 34 nacht sicher war schon mal relativ stabil muss man sagen auch der fährt wieder rein gucken wir mal war glaube sogar walkout spanier zom das ist so ist gar nicht so verkehrt disco ist in ordnung sind 20k ungefähr das ist in ordnung also das 20k nimmt man gerne mit das besser als gar nichts rest des packs ist wahrscheinlich schmutz aber das kann man den kann man schon mitnehmen wenn man auch direkt so für 20 ungefähr rein stellen das in ordnung also das sind bis jetzt gute packs und auch hier münzen vertrags pack wo ihr sehr richtig haben können was wir hier noch aus dem 50 heraus holen die verträge können wir natürlich direkt skippen da wird natürlich nichts interessantes drin sein und dann jetzt noch hier 50k pack ihr sports und gönnt also die anderen zwei packs waren ja sehr sehr gut und das hier ja das ist das beste pack das wird halt am schlechtesten aber egal 82 als sehr bitter biglia das ist natürlich sehr sehr schlecht muss man ganz klar sagen freunde bei wahl wird es uns zur auswahl geben ich habe hier natürlich nur die weekend league spiele gemacht deswegen wenn wir hier nicht so viel bekommen wir nehmen hier tauschbar kommen nehmen wir die tauschbaren packs gucken wir mal ein 50k pack und 25k pack was man hierfür bekommt noch mal seltene gold pack sind jetzt nicht die besten packs und 50k pack hat man ja eben gesehen dass die da nicht so gerne gönnen aber jetzt vielleicht mal ja das hat sich auf jeden fall schon mal nicht rentiert das erste pack schade hätten wir auch untauschbar nehmen können bei so einem pack und noch mal 50k pack freunde kommt und wie gesagt wenn es euch gefällt mit dem video sehr sehr gerne daumen hoch geben freunde ich glaube jetzt kommen mal bitte fermer bitte rein danke und da kommt frankreich ist immer gut zdm das konnte das ist sehr sehr gut also hat sich auf jeden fall gelohnt das hat sich auf jeden fall gelohnt wenn die mal auf hauptakon zu können würden wie hier kante ist natürlich sehr sehr schmackhaft konnte schmeckt auf jeden fall war natürlich noch totti aber ja das egal hier nimmt man gerne mit also das ist natürlich sehr sehr krass was die gönnen und müller noch also das ist ein sehr sehr gutes pack der ist fast 300.000 wert das hat sich weifels hier sowas von gelohnt zu nehmen 270.000 ist der kollege wert also das ist schon krass also auf dem hauptakon ist einfach der beste immer noch testen und hier gönnen die einfach mal in kante müller auch noch mal 20k also das ist schon krass was die geben das ist echt gut muss man sagen einfach in angolo kante ja keine ahnung warum die das auf dem hauptakon nicht gehen ich würde sagen wir wechseln auf mein hauptakon und dann gucken wir was wir da bekommen ja natürlich auf dem hauptakon werden wir natürlich hier auch die wicke liegt wie wir uns abholen wie gesagt ich habe hier 24 siege leider nur geholt war viel viel mehr möglich aber ja nicht so geklappt wie ich mir natürlich vorgestellt habe ja aber egal edit 3 besser als nichts bekommen 70.000 13 inform pack und drei player picks mal gucken ob die gönnen oder ja auf twitter kommt haben die ja sehr sehr gut gegeben gerade eben muss man sagen ähnlich so gut wäre natürlich sehr sehr gut ich würde sagen wir fangen einfach mal an und schauen mal wen die gutes geben koste miro ordentlich schon mal guter start kasemiro schon mal stark kasemiro nimmt man gerne mit ich weiß nicht ist wahrscheinlich jetzt ja ist unspielbar aber 88 erwähnt ist schon mal sehr stark kasemiro nimmt man doch sehr sehr gerne mit und dann weiter mit der nummer zwei kommen gönn gönn aber ok ist immerhin high rated das kann man für sbcs abstoßen natürlich ist der mbappé aber ja ist natürlich sehr sehr schwer den zu packen gucken wir mal jetzt alle guten dinge sind drei vielleicht auch bei ea komm ja upamecano ja ist okay aber natürlich hofft man auf mbappé ist man ganz ehrlich aber ja die sind alle drei nicht wirklich so spielbar upamecano vielleicht noch für ein bundesliga team aber sonst ja kann man ja alle drei abgeben für den sbc schade kasemiro war ganz okay aber sonst ja die anderen zwei ja nicht so gut 100k pack und 3 1 von pack wenigstens harland oder so wäre sehr sehr geil 100k pack erstmal gönnt ihr gönnt bitte einfach walkout gönnen einfach walkout gönnen nicht geiern bitte england sterling nice sterling sehr sehr gut also heute gönnen die heute ist gönnungstag anscheinend sterling nice sterling endlich mal gute packs endlich mal gute packs sterling mein bester spieler hier auf dem account mein bester spieler sterling nice endlich gönnen die endlich endlich nicht gegeiert endlich nicht gegeiert 100k pack das sich mal rentiert hat nice es ist egal was ist ein sterling noch nur noch 50.000 schade egal 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 mich nicht beschweren akzeptieren wir dann kostet wahrscheinlich so ja nicht mal 50.000 schade egal ist egal wir bauen den drauf für 44 45 egal besser als gar nichts akzeptieren war also schon in ordnung hier noch ladung spieler die natürlich in diese 81 plus ständige dinger wieder reinhauen können und jetzt ist drei inform pack wenigstens hier ein walkout zu sehen wäre natürlich nice kommen hier sports haben hier in fanday oder mbappé wäre natürlich abriss gucken wir mal wer es wird bäck ja tut weh fahren nacken 150 tempo ja 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 kann ja nichts mehr dahinter sein rebic vielleicht noch mit glück aber sonst ja das sind halt die üblichen 30k die man halt kriegt aber ist jetzt in ordnung wir haben aus weekend league hier auch bis jetzt gute coins gemacht natürlich nicht so wie auf dem zweiten account wo die eh mehr gönnen aber keine ahnung warum das so ist wir könnten hier 80.000 nehmen aber wir nehmen hier zweimal 125 kpx freunde zweimal megapacks wie gesagt wir sind ja easy liga 1 wir sind ja bei dem skillwert von 2050 2060 aktuell das ist das ding ich werde diese aufgaben wie player zum beispiel da nicht schaffen das kostet mich halt auch im endeffekt coins weil ich so ein player wahrscheinlich nicht schaffen werde abzuschließen durch so her so jetzt gestern gesehen im stream das sind einfach die spiele zu knapp geht nur 1 0 oder so aus mal 2 1 da kann man nicht mit einem knabry und neymar gleichzeitig treffen in einem spiel sehr sehr schwer zumindest wir holen die auf jeden fall ab ich hoffe das sind die richtigen ja sind die richtigen holen wir ab vielleicht im 125 kpx dass die da noch mal gönnen schauen wir mal wäre natürlich nice wenn die gönnen würden 25 35 kpx ist in ordnung es ist ja münzen würden mir eh nichts bringen deswegen ja und erste 35 kpx bringt auch gar nichts schade es kommt 80er nicht mal 82 oder so einfach 80 willkommen und die cam fokussiert gerade nicht skandal alles 1000 münzen noch mal nehmen wir mit hier werde ich noch mal austauschen natürlich die werden wir natürlich ja wenigstens doppelt läuft denn hier können wir tauschen und den hier hoffentlich auch leider nicht sehr sehr viele untauschbar leider noch mal ein 35 kpx und dann noch mal 225 wenigstens ein headliner oder so wie ich gern ziehen ja komm wieder wie gern wieder das ist wirklich gern 79 erwähnte immer grauenhafter so freunde 2 x 125 kpx das sind die besten packs die es natürlich gibt in fifa gucken wir mal als wir das letzte mal hier gezogen haben haben wir glaube ich kein untauschbar gezogen vielleicht jetzt ein headliner wäre natürlich nice oder irgendwas high rated ist natürlich gucken wir einfach mal ob die gönnen ihr es muss einfach geben kommen gönnt bitte bitte geben das ist inform das ist nice kommen könnt das ist irland innen verteidiger was denn das das ist klark oh mein gott das ist richtig schlecht also das ist wirklich richtig schlecht aus dem 125 kpx wir mal was weiter dahinter ist aber ich glaube da wird nur schmutz sein also das ist nicht wirklich gut zwei inform das ist wirklich 125 kpx für die tonne also hier geiern die bis jetzt die haben wir noch mal einmal die chance auf den 125er das ist dass die hier noch mal gönnen aber bis jetzt bis auf sterling der laut nur 44.000 wert war aber ja gucken wir mal nicht so überragend natürlich ein kante würde mir jetzt hier nichts bringen irgendwas high rated das wäre schon okay trotzdem wenigstens so ein 8 89 also 125 kpx komm geh auf was ich will dir nicht ich will einfach das pack öffnen was für hilfe mach jetzt auf so kommt ein letzter pack gönnt ihr es braucht bitte einfach gönnen jetzt das ist deutschland z m groß bitte das ist schlecht wieder das ist wieder schlecht da wären die 80.000 tausend mal besser gewesen muss man sagen weil also das war schmutz also sehr sehr schmutzig das war wirklich sehr schmutzig muss man leider sagen das enttäuschend richtig also 125 kpx die so sind das ist wirklich katastrophe freunde also ich weiß nicht warum da nicht gegönnt wird in so packs wie gesagt die packs sind die besten die es gibt da geben die einfach gar nichts so gefühlt als wo in forms und in dem pack ja auch nur müll also ja keine ahnung schreibt die gerne rein hatte dir mehr glück hatte dir nicht so viel glück hatte dir ja also wahrscheinlich da ist das das minimum was man wieder ziehen musste immerhin sterling sonst wäre das komplett wieder schmutz gewesen wäre dann auch ein 82er gekommen im 100k pack dann hätte das wieder gepasst zu den schlechtesten rewards wir haben halt auf dem zweiten account kante gezogen da bringt er mir halt auch nichts mehr da bringt er mir klar bringt er wieviel ist ein kante wert 270.000 aber er bringt mir nichts hier bringt mir hat nur auf dem zweiten account paar münzen da kann ich dann irgendwann ein icon pack dafür machen oder so mal schauen ja das wäre es mit diesem video gewesen freund ich hoffe es hat euch gefallen ist sehr sehr gerne einen daumen hoch geben ciao bis die time an dem vorne